Wohlstand für alle. Über Geld sprechen. Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute fassen wir ein ganz heißes Eisen an, denn es wird um die Vier-Tage-Woche gehen. Die Debatte ist längst nicht mehr nur eine zwischen Liberalen und Konservativen auf der einen Seite und Linken auf der anderen. Die Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann äußerte sich nun mehrfach kritisch zu den Forderungen der GDL. Und Maurice Höfgen lobt zwar die GDL, verbannt aber die politische Forderung nach einer Vier-Tage-Woche ins Wolken-Kuckucksheim. Ist es tatsächlich naiv, angesichts von Fachkräftemangel und Millionen Boomer, die in Rente gehen, für die aber nicht genügend nachrücken, ausgerechnet jetzt eine Verkürzung der Wochenarbeitsstunden auf 35 oder gar 32 zu fordern. Inwieweit kann der technische Fortschritt diesen Weg bahnen und wo sind die Grenzen? Wir sind uns jedenfalls sicher, dass in westlichen Ländern die Reduktion von Arbeitszeit das große Thema für die nächsten Jahre werden wird. Zuallererst aber der Hinweis, am Samstag erscheint die neue Speakeasy-Bar, in der wir wieder eure Fragen ausführlich beantworten. Außerdem werden wir in Wohlstand für alle Literatur in diesem Monat über Jane Austens Roman Verstand und Gefühl sprechen. Darin geht es vor allem um lukrative Erbschaften. Die kompletten Folgen findet ihr wie immer bei Steady und Patreon, wo ihr die Episoden entweder als Podcast-Feed hören oder als Video sehen könnt. Die Links finden sich in der Episodenbeschreibung und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr ein Abo abschließt und den Podcast auf diese Weise unterstützt. Lange Zeit war es so, dass Lohnabhängige in erster Linie für höhere Löhne kämpften. Inzwischen aber hat sich das verschoben. Immer häufiger kommt der Wunsch nach einer Arbeitszeitverkürzung zum Ausdruck. Wohlgemerkt bei vollem Lohnausgleich, was selbstredend eine Lohnerhöhung bedeutet. Wir können diese Debatte seit ein paar Jahren bei der EG Metall schon nachvollziehen. Aber bevor wir jetzt auch zu konkreten Vorschlägen und auch zu Kritik kommen, sollten wir vielleicht auch noch andere gewisse Trends ins Auge fassen. Zwar gibt es im High-Performer-Segment mit ihren schrillen Influencern die Work-Hard-Play-Hard-Kultur. Es ist jedoch nur wenigen Arbeitnehmern vergönnt, durch Arbeit vermögen zu werden. Wer als Single über mehr als 3.700 Euro netto monatlich verfügt, der gehört bereits zu den am besten verdienenden 10 Prozent. Da ist ein Leben mit Pool, Patek Philipp, Lamborghini und Luxusurlauben in Dubai noch nicht möglich. Insofern wundert es nicht, dass die High-Performer-Szene mehr Fans hat, als tatsächlich zu ihr gehören können. Und es ist auch nicht überraschend, dass es große Schnittmengen zu denen gibt, die von einem passiven Einkommen träumen. Man möchte also auch dort möglichst viel Freizeit haben und nicht mehr arbeiten müssen. So ein Leben als Rentier, das klingt verführerisch, aber der Weg dorthin ist, sofern man nicht geerbt hat, sehr beschwerlich. Wer monatlich zuverlässig 2.500 Euro an Dividenden aus breit gestreuten Fonds oder ETFs erzielen will, wird etwa 1,5 Millionen Euro investieren müssen. Das ist grob geschätzt und wir geben hier natürlich keine Anlagetipps. Wir wollen nur verdeutlichen, dass ein passives Einkommen nur äußerst wenigen Menschen vergönnt ist. Dass es aber tausende Videos zu dem Thema auf YouTube gibt, deutet darauf hin, dass viele Menschen gern dem erwerbstätigen Dasein entkommen wollen. Ähnlich ist auch das medial etwas zu heiß gekochte Phänomen Quite Quitting einzuordnen, was so viel bedeutet wie Arbeitsverweigerung im Angestellten-Dasein. Oder wie Bartleby sagen würde, I would prefer not to. Zugleich gibt es das Sugar Mummy und Sugar Daddy Phänomen, also dass sich ältere Vermögende nach Jüngeren orientieren, so als Lebensabschnittsgefährte oder möglicherweise als Affäre. Und die Jüngeren lassen sich dann aushalten. Dann gibt es wieder einen Trend, den kann man bei TikTok sehen, wo Frauenvideos drehen. Wie angelt man sich einen Millionär? Also wie schafft man es, jemanden zu finden, der für einen sorgt, dass man selbst nicht arbeiten gehen muss? Also das Programm, das emanzipatorische Unabhängigkeit vom Mann ist eigentlich das, was zu erstreben ist, was erstrebenswert ist. Das wird auch wieder in Frage gestellt, wahrscheinlich auch, weil es so wenig attraktive Beschäftigungsverhältnisse gibt. Dass Arbeit Würde ist, wie Andrea Nahles einst sehr laut betonte, würden jetzt vermutlich nicht mehr alle so ohne weiteres unterschreiben. Und marxistisch betrachtet müsste es ja auch darum gehen, das Reich der Freiheit zu erweitern und das Reich der Notwendigkeit zu verkleinern, was bedeutet, weniger zu arbeiten. Denn, wie der Philosoph Martin Hecklund betont, wir haben nur dieses eine Leben. Ja, und während Hecklund einen demokratischen Sozialismus konzipiert, bleiben wir in dieser Folge bescheidener. Es geht hier nur um die Arbeitszeitverkürzung. Über die Mühen des Angestellten-Daseins sang Dolly Parton schon 1980 9 to 5, yeah, they got you where they want you, there's a better life, and you think about it, don't you? It's a rich man's game, no matter what they call it, and you spend your life putting money in his wallet, 9 to 5. Obwohl dies ein Welthit wurde, sind Debatten über Arbeitszeitverkürzungen lange Zeit akademisch geblieben. Also es wurde irgendwann diese 40-Stunden-Woche durchgefochten, ja, frühe 60er Jahre, Ende 60er Jahre, dann wurde das weitgehend vollzogen. Aber dann hat das doch sehr stagniert, was erstaunlich ist. In den 1990er Jahren lagen die Arbeitslosenzahlen im wiedervereinigten Deutschland bisweilen bei über 4 Millionen. Damals wurden diverse Modelle erprobt, um die Arbeitswoche zu verkürzen. Allerdings ohne Lohnausgleich. Es ging darum, Entlassungen zu verhindern. Und viele sahen damals die Teilzeit als eine Möglichkeit an, die Massenarbeitslosigkeit zu verhindern. Von 1997 schrieb beispielsweise, besagte Ulrike Herrmann in der Taz, Freiwillige Teilzeit revolutioniert die Unternehmenskultur. Das macht Angst, während arbeitslose Massen, wenn Chef mal ehrlich ist, nur Freude bereiten. Denn mit dieser Reservearmee werden Regierungen und Gewerkschaften erfolgreich erpresst. Seit 1980 wuchsen die Nettogewinne der Unternehmen um 251 Prozent. Die Nettoarbeitseinkommen stiegen aber nur um 63 Prozent. Wir können es nicht fassen, dass der Produktivitätsfortschritt demnächst Reichtum fast ohne Erwerbsarbeit ermöglicht. Ja, das ist jetzt auch knappe drei Jahrzehnte später immer noch nicht zu sehen, dass Reichtum ohne Erwerbsarbeit möglich wird. Aber was man jetzt zur Teilzeit sagen kann, ist, dass sie immer wieder auch finanzielle Einbußen mit sich bringt. Also wenn wir jetzt nicht davon sprechen, dass es Arbeitszeitverkürzungen gibt, die mit Lohnausgleich stattfinden, sondern einfach nur Arbeitszeitverkürzungen, dann bedeutet das oftmals insgesamt weniger Lohn. Und heute sieht das Herrmann etwas anders. Sie warnt zu Recht Frauen vor der Teilzeitfalle, die in die Altersarmut führt. Und auch sieht sie aber, da würden wir natürlich widersprechen, da sieht sie als Keynesianerin diese Spielräume plötzlich generell nicht mehr. Das ist aber ein bisschen widersprüchlich. Also in ihrem Buch Das Ende des Kapitalismus fordert sie wiederum, dass die Wirtschaft schrumpfen soll. Da könnte man auch sagen, ja, das ist ja über Arbeitszeitverkürzungen wunderbar zu machen. Es ist also alles nicht ganz widerspruchsfrei, was die Frau da sagt. Ja, ich glaube, dass es mal so, mal so ist. Also es gibt mal den akuten volkswirtschaftlichen Nutzen, den Ulrike Herrmann sieht. Und dann sagt sie, jetzt braucht es Teilzeit oder jetzt auf keinen Fall Streiks. Also es ist interessant, dass sie hier sagt, die Reservearmee von vielen Arbeitslosen sorgt dafür, dass die Unternehmer die Gewerkschaften erpressen können. Und jetzt ist es eigentlich ein umgekehrter Vorwurf, dass sie in einem Artikel gesagt hat, dass die GDL, vor allem Weselsky, die ganze Nation in Geiselhaft nimmt. Ja, also jetzt wird das, der Spieß umgedreht. Blicken wir mal zunächst. Ich glaube, sie wechselt einfach immer wieder letztlich ihre Perspektive, oder? Also ich meine in diesem Buch Ende des Kapitalismus. Ja, also aber im Buch Ende des Kapitalismus denkt sie ja schon über etwas nach, was eine stärker politisierte Form der Ökonomie zumindest sein soll, auch wenn ich es jetzt immer noch nicht postkapitalistisch nennen würde und will da ja wirklich eine andere Form des Wirtschaftens. Aber dann, wenn sie jetzt hier so als Kolumnistin auftritt, dann ist sie ja immer die seriöse Keynesianerin, die die Probleme des Kapitals auch zu ihren eigenen macht. Und da würde ich einfach sagen, da nimmt sie immer mal wieder so einen anderen Standpunkt ein. Ja, blicken wir mal zunächst auf die Bahn. Die GDL mit Klaus Weselsky an der Spitze kann einen beachtlichen Erfolg verbuchen. Neben Inflationsausgleichsprämie und einer Lohnerhöhung konnte die Gewerkschaft der Lokführer eine schrittweise Arbeitszeitverkürzung bis 2029 auf 35 Stunden durchsetzen, bei vollem Lohnausgleich, sofern sich die Angestellten freiwillig dafür entscheiden. Wer trotzdem weiter so viel wie bisher arbeiten will, wird dann mehr bekommen. Es ging also offenbar doch das, von dem Ulrike Herrmann im Presseclub annahm, dass es nicht geht. Lohnerhöhung und wenige Arbeitsstunden würden, so argumentierte sie, die Inflation anheizen. Dazu ist zweileid zu sagen. Es stimmt, dass sich höhere Arbeitskosten auf höhere Ticketpreise niederschlagen können. In den vergangenen 20 Jahren gab es jährliche Preisanstiege im Fernverkehr zwischen 0 bis 5,6 Prozent. Selten werden dafür die Personalkosten allein verantwortlich gewesen sein. Tatsächlich macht der Personenverkehr 13,5 Prozent im Warenkorb zur Berechnung der Inflation aus. Damit ist freilich nicht nur der Bahnverkehr gemeint. Ein Ausschlag auf die Inflation hat eine Ticketpreiserhöhung schon. Aber so sagte bei der Einführung des 9-Euro-Tickets das IW, dass damit die Inflation gesenkt werde. Und wir wissen, wer gegen die Weiterführung des 9-Euro-Tickets war, nämlich Ulrike Herrmann. Das sei reine Geldverschwendung, schrieb sie damals. Nun macht sie sich aber Sorgen wegen eventueller Ticketpreiserhöhungen. Noch wichtiger ist aber, wieso sollte eigentlich die GDL, die ja eine Interessengruppe ist, über ihr Interesse hinaus das Interesse der gesamten Volkswirtschaft im Sinn haben? Kein Unternehmer, der eine Möglichkeit findet, seine Profite zu erhöhen, wird denken, aber die arme, arme Volkswirtschaft, ich lasse das mal lieber, Gewerkschaften müssen und sollen an die Interessen ihrer Mitglieder denken. Viel zu oft aber nehmen sie sich zurück und nennen es Vernunft, wenn sie sich die Köpfe der Vorstände, Politiker oder Aktionäre zerbrechen und lieber auf höhere Löhne verzichten, ehe sie sich dann dem Vorwurf aussetzen müssen, dass sie die Lohnpreisspirale in Gang gesetzt haben. Das Bahnmanagement denkt auch nicht an das Wohl der Allgemeinheit, sondern an fette Boni-Zahlungen. Ulrike Herrmann schreibt, der Bahnstreik dürfte Fahrgästernwirtschaft pro Tag etwa 100 Millionen Euro kosten. Tendenz steigend. Da können wir hinzufügen, die Bahn hätte ja auf die Forderungen der GDL eingehen können und es hätte niemand gestreikt. Dann schreibt Herrmann, bei mir hat dieser Streik schon jetzt einen Verlust von 290 Euro verursacht, den mir niemand ersetzt. Und wer weiß, was noch kommt. Ich wäre bereit, 290 Euro in einen Bahnstreik zu investieren, wenn ich vom Anliegen der Lokführer überzeugt wäre. Das bin ich aber nicht. Ich halte diesen Streik für verfehlt. Auch das ist großartig. Es ist ja so, dass viele Streiks einen schädigen können auf die eine oder andere Weise durch Behinderungen im Alltag oder auch einen finanziell schädigen können. Und ja, das ist natürlich ärgerlich. Zwar bekommt man Bahntickets erstattet, aber wenn man durch den Streik Aufträge nicht wahrnehmen kann, dann sind das Einbußen, für die niemand aufkommt. Das ist aber generell so. Ob es Lockdowns gibt, ein Schneesturm wütet, eine Fliegerbombe entschärft wird oder sonst etwas dazwischen kommt. Und vor allem ist halt einfach ein Streik kein Investment. Also man kann ja nicht bei jedem Streik, der einen irgendwie nerven könnte, sagen, ja, ich wäre bereit, so und so viel Geld dafür zu geben, wenn dafür aber nur diese und jene Forderung durchgesetzt wird. Also das ist halt völlig bescheuert. Also ich persönlich finde ja einen Streik nicht deshalb gut. Also wie soll ich sagen, dann rechne ich mir ja nicht meinen eigenen Nutzen aus, sondern ich sage einfach, es ist doch schön, wenn die Lokführer sich was erstreiken können. Aber ich sage doch nicht, so und so viel Geld wäre es mir wert, wenn die so und so viel mehr Lohn oder sonst was bekommen könnten. Das ist doch eine bescheuerte Rechnung. Jeder von uns kann ja auch mal hochrechnen, wie viele Stunden man im Jahr wegen der Bahn zu spät kommt. Und wenn man sich dann mal so einen Mindestlohn dafür berechnet, ja, also diese 12,41 Euro, dann kommt da doch wahrscheinlich eine sehr hohe Zahl heraus. Also mir müsste die Bahn garantiert dann 13 Tessel im Monatsgehalt zahlen. Hermann stört neben den Lohnforderungen vor allem aber die Arbeitszeitverkürzung. Sie geht davon aus, dass nun alle Bahnbeschäftigte so etwas wollen und schreibt, bei der Bahn arbeiten etwa 100.000 Angestellte im Schichtbetrieb. Das sind die Hälfte der aller Angestellten. Wenn sie nun alle nur noch 35 Wochenstunden zum Dienst kommen müssten, wäre die Bahn nicht nur finanziell überfordert, sondern auch weitgehend lahmgelegt. Denn es gibt keine unbeschäftigten Lokführer oder andere Fachkräfte, die die Bahn zusätzlich einstellen könnte. Letzteres ist absolut richtig. Insgesamt gibt es 20.000 offene Stellen bei der Bahn. Was Hermann aber übersieht ist, dass gerade durch die höheren Löhne und durch die kürzere Arbeitszeit der Lokführerberuf attraktiver werden könnte. Wir kommen gleich auf Fachkräftemangel und Demografie zu sprechen, aber individuell kann natürlich ein Unternehmen trotz allgemeinem Mangel dann genügend Mitarbeiter finden, wenn man gegenüber den Wettbewerbern Vorteile aufweisen kann. Sicherlich haben es die Unternehmer schwerer, als wenn eine Reservearmee von Arbeitslosen zur Verfügung stehen würde, aber warum soll das das Problem der Gewerkschaften sein? Im Gegenteil, sie sind endlich mal in einer guten Verhandlungsposition. Wenn Hermann die GDL zu Zurückhaltung mahnt, ist das in etwa so, als würde man von der Deutschen Diabetesgesellschaft erwarten, dass sie die Interessen des Bundesverbands der deutschen Süßwarenindustrie berücksichtigt. Kommen wir nun zu dem von uns ja geschätzten Maurice Höfgen. Im Gegensatz zu Hermann lobt er auch den GDL-Erfolg. Maurice sieht das wie wir. Es ist die Aufgabe der Gewerkschaft, das Beste für ihre Mitglieder zu verhandeln. Jedoch wie der Sprache der Idee der Linken, die nun gefordert hat, naja, generell sollte man jetzt auf eine 32-Stunden-Woche gehen. Diese politische Forderung muss nun in den Mittelpunkt gerückt werden. Und eigentlich liegt das ja nahe, dass man jetzt sieht, es gibt da einen Erfolg seitens der Gewerkschaft und das müsste doch vielleicht einen gewissen Domino-Effekt haben. Maurice schreibt jedoch in seinem Newsletter Geld für die Welt, den wir auch verlinkt haben, als Reaktion auf den Vorschlag der Linken folgendes. Bis 2036 gehen rund 18 Millionen Boomer in Rente. Aber nur 11 Millionen junge Erwerbstätige kommen neu auf den Arbeitsmarkt. Macht eine Lücke von 7 Millionen. Wenn dann alle anderen rund 40 Millionen Erwerbstätigen in einer Vier-Tage-Woche auch noch 20 Prozent weniger arbeiten, wird diese Lücke noch größer. Füllen kann man diese Lücke zwar mit Zuwanderung, Vollbeschäftigung und Produktivitätsfortschritt, schafft man das aber nicht, schrumpft die Wirtschaft. Der Kuchen wird also kleiner, Wohlstand geht verloren. Das stimmt, wenn die Wirtschaft schrumpft, wird der Verteilungskampf härter und wir sehen schon während der aktuellen Rezession, wer verzichten soll, nämlich arme Menschen. Bei einem großen Kuchen ist tatsächlich mehr zum Teilen da, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass das auch dann gleichmäßig an alle gesellschaftlichen Gruppen geht. Und das ist ja überhaupt nicht der Fall. Das ist auch einfach das Problem immer mit diesem Kuchenbild. Das ist ja nicht so, dass man sagt, die ganze Gesellschaft arbeitet, wird alles auf den Haufen geschmissen und je nachdem, wie viel man dann anteilig durch seine Arbeit beigetragen hat, zu diesem Produkt nimmt sich jeder wieder was raus. Ich glaube, das wäre Sozialismus. Genau, das wäre Sozialismus oder zumindest eine Vorstufe davon auf jeden Fall, dass man irgendwie so da versucht, das halbwegs ausgewogen zu halten. Aber was wir hier ja sehen, ist ja einfach so, es wird dann alles auf den Haufen geschmissen und dann geht davon erstmal ein deutlich größerer Teil ans Kapital. Das ist ja schon mal eine Tatsache, ist ja nicht so, dass dann alle gleich viel haben. Und noch dazu geht ja dann ganz viel ins Ausland, was übrigens bemerkenswerterweise ja Maurice auch in anderen Texten richtigerweise angemahnt hat. Also er sagt ja, und das ist ja bei vielen Keynesianern immer so ein ganz wichtiger Punkt, dass man sagt, naja, Deutschland hat diese krassen Exportüberschüsse. Das heißt, Deutschland als gesamte Volkswirtschaft produziert deutlich mehr, was exportiert wird, als man dafür importiert. Heißt, man arbeitet gewissermaßen fürs Ausland. Nur sieht das natürlich nicht so aus, dass man das einfach ins Ausland verschenkt, sondern es wird extrem viel produziert, was ins Ausland geschickt wird. Und die Gewinne daraus behalten die reichsten Deutschen. Das heißt also, dieser Kuchen, der in Deutschland produziert wird, ist gar nicht nur für die deutschen Erwerbsbürger da. Und noch dazu ist es ja ungleich verteilt, weshalb man auch nicht einfach davon sagen kann, dass es per se ein Problem ist, wenn der Kuchen nicht weiter wächst. Denn man könnte ja trotzdem sagen, selbst wenn er nicht weiter wächst, könnte man ja durch Umverteilung dem entgegenwirken. Also solange Einkommen höher als Kapitalerträge besteuert, hunderte Milliarden steuerfrei vererbt und in Deutschland erwirtschaftete Profite ins Ausland verschoben werden, dann kann es zwar sein, dass der Kuchen wächst und dass es trotzdem Arm- und Normalverdienern nicht besser geht. Und umgekehrt kann man auch sagen, der Kuchen könnte nicht wachsen und es könnte diesen Leuten besser gehen durch mehr Arbeitskampf, dadurch, dass die Arbeiter mehr für sich beanspruchen. Die Reallohnverluste jetzt gerade sind jedenfalls dramatisch und zugleich gibt es immer mehr Kapitalakkumulation bei den wenigen. Maurice gibt außerdem zu bedenken, dass die Arbeitsproduktivität in den vergangenen zwei Jahrzehnten kaum gestiegen ist. Und Maurice ist ja jetzt nicht ein Keynesianer, der einfach nur schaut, was hat Keynes geschrieben und jetzt muss es Wirklichkeit sein, sondern wir alle kennen ja diesen Text von Keynes an die Enkel, die dann nur noch ganz wenig arbeiten müssen, weil diese unglaubliche Produktivitätssteigerung stattgefunden haben wird. Und da verweist Maurice natürlich zu Recht darauf, der Zuwachs an Produktivität pro Jahr liegt bei unter einem Prozent durchschnittlich und während der Finanzkrise oder Corona sank die Produktivität dann sogar um zwei bis vier Prozent. Auch das sind ja Tatsachen, die man nicht leugnen kann. Jedoch mögen sich da erstmal viele wundern, wenn man das so hört. Wenn man bedenkt, welche ungeheure technische beziehungsweise digitale Revolution wir erlebt haben und gerade noch erleben, dann ist es doch erstaunlich, dass der Einfluss auf die Produktivität des Landes gar nicht so hoch zu sein scheint oder ohne diese Revolution sähe es vielleicht noch viel schlechter aus. Im Übrigen gilt das nicht nur für Deutschland, auch in den USA kann man Ähnliches feststellen, was die Produktivität anbelangt. Da ist es ein bisschen besser, aber auch nicht nennenswert. Generell kann man also schon mal nicht diese Geschichte erzählen, wonach die Digitalisierung und Automatisierung bald die Arbeiter überflüssig machen wird. In Deutschland gibt es 46 Millionen Erwerbstätige. Davon arbeiten 34,6 Millionen im Dienstleistungssektor, ob in der Pflege, im Restaurant, beim Friseur oder im Bildungsbereich hat und wird es voraussichtlich kaum Produktivitätszuwachs durch technischen Fortschritt geben. Haarschneideroboter und Erzieher-KIs sind kaum vorstellbar. Im Dienstleistungsbereich ist es oft kaum möglich, weiter zu skalieren. Die Pflegerstreiks, die thematisierten ja vor allem den Verteilungsschlüssel. Es ging gar nicht primär um höhere Löhne, sondern darum, in einer Schicht nicht so viele Patienten wie bislang versorgen zu müssen. Und auch ein Kosmetikstudio wird nicht bald Kunden in der Hälfte der Zeit abfertigen können. Hier ist also schon entscheidend, ob es eine 38- oder 32-Stunden-Woche gibt. Und Maurice sieht das auch so. Oder ist es doch etwas komplizierter? Ja, man muss es doch ein bisschen differenzierter betrachten. Also es gibt da so ein britisches Experiment mit diversen Unternehmen. Und da hat man also für eine Zeit lang auf eine Vier-Tage-Woche umgestellt. Und die meisten Unternehmen, die dabei mitgemacht haben, es waren auch sehr viele kleine mittelständische Unternehmen dabei, Unternehmen mit 50 Mitarbeitern und so, gar nicht so viel sehr große, haben danach gesagt, wir bleiben dabei, wir lassen es, wir führen jetzt nicht wieder die Fünf-Tage-Woche ein. Denn der Krankenstand ist erheblich zurückgegangen. Die Produktivität ist oft gar nicht gesunken, manchmal sogar gewachsen. Die Mitarbeiter fühlten sich besser, konnten sich mehr identifizieren, mit dem Unternehmen kündigten seltener. Die Studie ist aber nicht so ganz repräsentativ, denn beispielsweise sind 18 Prozent der an dem Experiment beteiligten Unternehmen aus dem Bereich Marketing und Werbung. Ja, das ist nicht vielleicht das, was man so als erstes denkt, wenn man über eine Volkswirtschaft nachdenkt. Dass man hierdurch Arbeitszeit verkürzt und sogar die Produktivität steigern kann, wenn man mal auf ein paar Zoom-Konferenzen oder Kaffeepausen verzichtet, glauben wir gern, wenn aber nur 4,6 Prozent Unternehmen aus dem Bauwesen und zu 6,7 Prozent Industriebetriebe an der Studie beteiligt sind, ist das Ergebnis doch etwas verzerrt und das ist noch höflich formuliert. Ja, ich würde sagen, dass man also sicherlich diese Produktivitätsgewinne da sehen kann und wahrscheinlich gibt es auch Bereiche, in denen man mit Arbeitszeitverkürzung tatsächlich die Produktivität beibehalten kann, wo man sich jetzt noch gar nicht so denkt und Unternehmen sind ja sehr komplexe Gebilde. Dafür gibt es auch Unternehmensberater, die plötzlich dann merken, ach so, hier gibt es eine Abteilung, die ist eigentlich nur dazu da, damit die anderen zwei Abteilungen was zu tun haben. Also solche Sachen fallen ja schon auf bei Unternehmensberatungen oder so. Deswegen glaube ich, gibt es immer solche Effekte, wenn man da rangeht. Nur das hat da Grenzen, wo es wirklich darum geht, dass zum Beispiel ein Mensch sich um den anderen Menschen kümmern muss. Und da kann man nicht sagen, naja, das geht jetzt in der Hälfte der Zeit. Also Pflege haben wir schon angesprochen. Aber was ganz interessant war, war ja, dass kürzlich diese Gemeinschaftsdiagnose der Wirtschaftsforschungsinstitute veröffentlicht wurde. Und generell sieht es recht düster aus, was die deutsche Wirtschaft anbelangt. Aber erstaunlich war, dass die Vier-Tage-Woche dann auch zum Thema wurde bei der Bundespressekonferenz. Und die Antworten waren interessant. Oliver Holtemöller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle sagte, die Arbeitszeit ist Ausdruck der Präferenzen der Menschen. Es steht uns nicht an zu beurteilen, ob das die richtige oder die falsche Arbeitszeit ist. Wichtig ist am Ende, was bedeutet das für die Lohnstückkosten und die Produktivitätsentwicklung. Wenn die Einkommensvorstellungen mit den Arbeitszeit- und Einkommensvorstellungen einhergehen, ist das überhaupt kein Problem. Dann kann sich auch die Arbeitgeberseite darauf einstellen. Die Lohnseite und die Produktivitätsseite müssen zusammenpassen. Also übersetzt heißt das, wenn Arbeiter bereit sind, Lohneinbußen hinzunehmen, spricht gar nichts gegen eine Arbeitszeitverkürzung. Das ist aber natürlich was völlig anderes als die Forderung der Linken. Die wollen ja eine Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich. Holter Möller sagte außerdem, die aktuellen Streiks haben bei der Gemeinschaftsdiagnose gar keine Berücksichtigung gefunden, da sie von ihrem Umfang überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Erstaunlich, oder? Ja, das sieht man. Die Sorge von Ulrike Herrmann ist da etwas unbegründet anscheinend. Und Stefan Kurz vom Kieler Institut der Weltwirtschaft setzt auf staatliche Anreize, damit die Menschen mehr arbeiten wollen. Finanzminister Lindner sieht das ähnlich und schlägt vor, dass Überstunden steuerfrei sein sollten. Nun, ein super Anreiz wäre es sicherlich, wenn man Überstunden überhaupt mal bezahlen würde. Im Jahr 2023 machten die Arbeitnehmer in Deutschland rund 583 Millionen bezahlte und 702 Millionen unbezahlte Überstunden. Hier haben sich die Unternehmen also Extraprofite eingesteckt, ohne den Arbeitern etwas davon zu geben. Behalten wir das mal im Hinterkopf, wenn wir gleich über die Inflation sprechen. Es ist rein rechnerisch natürlich schon klar, dass wenn sie einfach nur die Arbeitszeit reduzieren, das auch Wachstum kostet, sagte Timo Wollmershäuser vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung der Universität München. Klingt also, als würde sich hier der Einwand von Maurice bestätigen. Es könnte aber sein, sagte Wollmershäuser auch, dass viele aus der Teilzeit in die Vollzeit Arbeit gehen, wenn man die Wochenarbeitszeit senkt. Und jetzt können wir mal darüber nachdenken, wie könnte denn das passieren? Naja, jede zweite Frau arbeitet in Teilzeit. Wenn sie mit einem Mann zusammenlebt, ist das in der Regel so, dass dieser Vollzeit arbeitet, während die Frau unbezahlte Kehrarbeit verrichtet. Würde nun eine 32-Stunden-Woche eingeführt werden, hätten Frauen den Anreiz, vielleicht statt 26 Stunden nun Vollzeit, 32 Stunden zu arbeiten. Denn der Mann hat jetzt sechs Stunden mehr Zeit, die er für Kehrarbeit aufbringen könnte. So würde die gesamtwirtschaftlich geleistete Arbeitszeit gar nicht sinken, sondern sie wäre nur gerechter verteilt. Und auch Alleinerziehende könnten durch eine 32-Stunden-Woche animiert werden, Vollzeit zu arbeiten, sofern die Kinderbetreuung staatlich gut organisiert ist. Dann würde der gesamtgesellschaftliche Output sogar steigen. In dem von Margareta Steinröcke und Beate Zimpelmann herausgegebenen Buch Weniger Arbeiten, mehr Leben, wird unter anderem auf die immer supertorische Wirkung eine Arbeitszeitverkürzung eingegangen. Und erwähnt wird auch eine Studie, wo noch Ausgestiegene aus dem Pflegesektor sagen, sie würden in den Beruf zurückkehren, wenn die Wochenarbeitszeit sinken würde. Wir hatten eben gesagt, dass die britische Studie ergeben hat, dass sich deutlich weniger Menschen krank gemeldet haben. Ja, und auch in dieser Hinsicht ist diese Gemeinschaftsdiagnose lesenswert. Da heißt es, derzeit bewegt sich die Wirtschaftsleistung auf einem Niveau, das kaum über dem vor der Pandemie liegt. Seitdem tritt die Produktivität auf der Stelle und die inzwischen um über 600.000 höhere Zahl der Erwerbstätigen kompensiert im Wesentlichen nur die niedrigere durchschnittlich geleistete Arbeitszeit. Hier spielt allerdings auch der gegenüber dem Trend weiterhin stark erhöhte Krankenstand eine Rolle. Sofern sich dieser, wie von den Instituten unterstellt, bis zum Ende des kommenden Jahres zurückbildet, steht wieder ein um 1,5 Prozent höheres Arbeitsvolumen zur Verfügung. Also der aktuelle Krankenstand ist deutlich mitverantwortlich für die schwache Wirtschaftsleistung. Das heißt, mit einer Arbeitszeitverkürzung könnte der Produktivitätsverlust durch weniger Krankmeldungen etwas ausgeglichen werden. Aber, sagt Holmers Häuser, der Trend der Arbeitszeitverkürzung kann nicht unbegrenzt nach unten gehen. Und dem hätte auch Marx zugestimmt, selbst im Sozialismus müsste gearbeitet werden. Eine Zwei-Tage-Woche zu fordern wäre, zumindest beim heutigen Stand der Produktivität wirklich naiv. Wenn Maurice aber Linken vorwirft, sie würden mit dem Ruf nach einer Vier-Tage-Woche nicht mehr ernst genommen werden, ist das nicht zutreffend. Eine 32-Stunden-Woche ist gar nichts unrealistisch. Und will man, dass der Kuchen größer wird, müsste man viel mehr auf Arbeitskräfte aus dem Ausland setzen. Um dafür Mehrheiten in der Bevölkerung zu gewinnen, wäre das Versprechen auf eine Vier-Tage-Woche möglicherweise zielführend. Und da haben wir von Umverteilung noch gar nicht gesprochen. Insgesamt war es erstaunlich, dass die Wirtschaftsexperten keineswegs den Teufel an die Wand malten, als sie auf diese Vier-Tage-Woche angesprochen wurden. Kurz sagte auch, Freizeit ist das knappste aller Güter. Und deshalb sei es auch verständlich, wenn Menschen sich mehr davon wünschen. Es gäbe ja zudem auch politische Möglichkeiten, für Produktivitätszuwachs zu sorgen. Da können wir auch überlegen, was könnte das sein. Zuwanderung haben wir schon erwähnt. Außerdem könnte man Bürokratie abbauen, damit Bullshit-Jobs überflüssig machen. Die Leute werden dann woanders verwendet und gebraucht. Auch Investitionen in Zukunftstechnologien könnten ebenfalls produktivitätssteigernd sein. Aber technischer Fortschritt, das müssen wir uns auch vergegenwärtigen, bedeutet nicht unbedingt, dass weniger Arbeitskräfte gebraucht werden. Also das Smartphone hat sicherlich weltweit mehr Arbeitsplätze geschaffen als vernichtet. Zudem werden zwar zunehmend Produktionsprozesse von Maschinen autonom gesteuert, aber mit dem Fortschritt geht auch eine Komplexitätssteigerung einher, die wiederum Menschen verlangt. Und auch dazu führt halt einfach eine Produktivitätssteigerung nicht automatisch zu höheren Löhnen oder weniger geleisteter Arbeitszeit. Also man kann das ja in den vergangenen Jahrzehnten einfach sehen. Man sieht, die Leute haben, obwohl es Produktivitätssteigerungen gab, ja, die waren nicht so gut wie in den 50er, 60er, 70er Jahren, aber die waren immer noch da, ein, zwei Prozent pro Jahr. Die Leute haben nicht dementsprechende Lohnerhöhungen bekommen und das hat auch keine substanzielle Verringerung der Wochenarbeitszeit gegeben. Was ja einfach bedeutet, diese Produktivitätszuwächse, die sind vor allem dem Kapital dienlich gewesen, ja. Also da haben viele Unternehmen deutlich mehr Profite eingefahren. Was man da umgekehrt aber auch ablesen kann, heißt natürlich, wenn man einfach sich jetzt, also das heißt ja, dass immer mehr Produktivitätszuwachs gar nicht dafür genutzt wurde, um den Leuten das Leben angenehmer und besser zu machen. Aber man könnte daraus ja auch schlussfolgern, aha, anscheinend könnte man, wenn es so gelaufen wäre, wenn man also gesagt hätte, wir wollen uns nur noch auf diesem Niveau reproduzieren und jeder hat jetzt einen Reallohn wie jetzt, hätte man weniger arbeiten können. Aber das ist halt nicht das Ziel im Kapitalismus, sondern im Kapitalismus soll möglichst viel gearbeitet werden, damit möglichst viele Profite gemacht werden. Und das ist einfach das Ding. Gehen wir noch auf einen weiteren Einwand von Maurice ein. Er schreibt zur Inflation, Unternehmen schlagen höhere Lohnstückkosten auf den Verkaufspreis auf, um ihr Stück vom Kuchen, ihre Profite nicht kleiner werden zu lassen, also zu verteidigen. Von fünf auf vier Tage bei vollem Lohnausgleich entspreche einer Stundenlohnerhöhung von 25 Prozent. 25 Prozent. Zum Vergleich, Gewerkschaften haben nicht nur während des Preisschocks die letzten zwei Jahre den Kürzeren gezogen, sondern selbst in den zwei Jahrzehnten zuvor, nicht einmal die rund zwei Prozent Zielinflation plus Produktivitätsfortschritt. In Summe also circa 2,5 Prozent durchgesetzt. Was ja übrigens auch heißt, er sagt ja selbst, aber es gab ja einen Produktivitätsfortschritt. Das hieß, es wäre ja in den letzten zwei Jahrzehnten möglich gewesen, entweder mehr Lohn zu bekommen oder weniger zu arbeiten oder eine Mischung aus beidem. Also man hätte eigentlich sukzessive die Wochenarbeitszeit abbauen können, hätte man stärker verhandelt. Ja. Wir könnten jetzt schon bei viel weniger sein, gegebenenfalls, mit mehr Arbeitermacht. Ja. Nur sagt er dann, dass die Unternehmer nicht wollen, dass die Profite kleiner werden. Und dann muss man sagen, ja, dann muss man denen das aufzwingen, dass das so ist. Das hat man ja früher auch letztlich genauso machen müssen. Also jede Verbesserung der Arbeitssituation der arbeitenden Bevölkerung musste gegen das Kapital und dessen Interesse durchgesetzt werden. Und klar, wenn man von vornherein schon sagt, na das geht ja überhaupt nicht, das ist ja überhaupt nicht vorstellbar, dann wird das nicht passieren. Aber wenn man sich das einfach mal als Ziel vornimmt, dann ist das natürlich möglich. Ob jetzt die Vier-Tage-Woche in zwei, in fünf oder in sieben Jahren da ist, ist mir persönlich relativ wurscht. Aber dass die über einen mittleren Zeitraum durchaus erkämpfbar ist, das halte ich einfach für völlig selbstverständlich. Ja, du hast es gerade schon angeschnitten. Die Vier-Tage-Woche würde sicherlich nicht von jetzt auf gleich, sondern eher schrittweise eingeführt werden. Und es ist ja auch zu sagen, dass Unternehmen Preissteigerungen nicht so eins zu eins weitergeben können, da ja sie in Konkurrenz zu anderen stehen, gerade auch auf internationaler Ebene. Und noch wichtiger vielleicht ist, der Logik zur Folge hätte man auch in den 60er, 70ern nie auf eine Fünf-Tage-Woche umstellen können, denn das war ja nach der Rechnung dann auch eine Lohnsteigerung von 20 Prozent. Warum sollte jetzt die Fünf-Tage-Woche als natürliche Grenze erscheinen? Damals hat man auch gesagt, nein, der Samstag muss definitiv gearbeitet werden. Aber unsere Kritik an dieser Position ist noch fundamentaler und wir haben es bereits in der Auseinandersetzung mit Hermanns Argumenten angedeutet. Preissteigerungen werden sicherlich nicht ausbleiben als Folge der Lohnerhöhungen, sind aber nicht das Problem der Arbeiterschaft. Es gilt ja für jede noch so kleine Lohnerhöhung, dass sie rein theoretisch einen Beitrag zu steigenden Preisen darstellen kann. Und wenn Maurice betont, die Unternehmen würden versuchen, die höheren Lohnstückkosten an die Kunden weiterzugeben, ist den Unternehmern die Inflation ja auch egal. Sie haben auch nicht Keynesianisch das Wohl der gesamten Volkswirtschaft im Sinn, sondern ihr spezifisches Interesse. Und warum sollten die Arbeiter ihre Interessen denen der Volkswirtschaft unterordnen, was zugleich meint, sich den Interessen des Kapitals unterzuordnen? Es gibt eben immer noch die Verteilungskomponente zwischen Arbeit und Kapital. Und selbst wenn der Kuchen gleich bleibt oder kleiner wird, ist es möglich, sich davon mehr zu erkämpfen. Im Jacobin-Podcast hat Ines Schwertner wiederum Maurice' Position so beschrieben, es sei die Position des ideellen Gesamtkapitalisten. Also so bezeichnete Friedrich Engels den modernen Staat, der den Interessen des Kapitals dient. Und auch Keynesianer übernehmen häufig diese Position, die auf den ersten Blick ja mal vernünftig wirkt. Was nicht geht, das geht eben nicht. Also das heißt jetzt gerade keine Lohnerhöhung, bitte jetzt nicht streiken und bloß keine Viertagewoche. Und ja, bei dieser Position des ideellen Gesamtkapitalisten aber muss doch am Ende die Arbeiterschaft immer leiden. Ja, also diese Position führt immer dazu, dass das Kapital die Oberhand behält und sich die Arbeitnehmer den Interessen des Kapitals, dann häufig neutral Volkswirtschaft genannt, fügen sollen. Als sei die Volkswirtschaft an sich ein höheres Prinzip, dem alle dienen müssen, während die Profiteure natürlich weiterhin nur an sich denken. Insofern sollten Gewerkschaften, Arbeitnehmer und auch linke Parteien endlich egoistischer werden. Wenn sie nicht an sich selbst denken, dann wird keiner ihre Interessen vertreten. Zudem scheint es mir eine sehr gute Strategie zu sein, um Mehrheiten zu gewinnen. Das Gefühl, das Dolly Parton in ihrem Song 9to5 anspricht, kennt jeder, der seine Arbeitskraft verkaufen muss. Die Arbeitszeitverkürzung ist viel populärer als manche denken und sie ist auch realistischer, wie wir heute ein bisschen skizziert haben. Mehr freie Zeit, das müssen wir uns klar machen, bedeutet weniger fremdbestimmt zu sein und es bedeutet mehr Freiheit. Jetzt ist dabei erst einmal Schluss für heute denn, Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me Schrägstrich Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!